So, könnte ich euch kurz stürmen? Ja, klar. Okay. Oh, entschuldigen Sie. Können Sie mal bitte kurz aufstehen? Aber gerne. Dankeschön. So, was darfst du denn sein? Hallo, könnte ich euch mal kurz stürmen? Ja, natürlich. Oh Gott, ist es so. La 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 la. Können Sie hier bitte vielleicht mal den Eingangsbereich räumen? Wären Sie so freundlich hier so. Die ganzen Leute möchten hier auch bitte reinkommen können, okay? Können Sie mal bitte ein bisschen Platz, bitte, ja? Wie ist das? Die Kundschaft muss hier durchkommen können. Können Sie bitte nicht wieder hinsetzen? Machen Sie mal bitte Platz, ja? Der Eingangsbereich muss frei bleiben, okay? Das kann ja wohl nicht sein. Achtung, Achtung, ich schnipse meinen Kolmerkollegen ab. Könnt ihr euch ein exklusives Angebot machen? Könnt ihr das kostenlos bekommen, alles? Für einen Kuss. Wie wäre das? Exklusives Angebot? Ich glaube, bezahlen, liebe. Aber danke. Und sonst, wo seid ihr von hier? Nein, wir sind auf Klassenfahrt. Auf Klassenfahrt. Auf Klassenfahrt. Mhm, mhm. Hallo, kann ich Ihre Bestellung wieder aufnehmen? Also, was möchten Sie? Komm, schnell, schnell, schnell. Ich habe nicht so viel Zeit, ja? So, darf ich Sie mal freundlich bitten zu gehen? Sie sind durch den Gesichtstest durchgefallen. Sie müssen leider gehen. Sie sind doch nicht erwünscht. Braucht ihr sonst noch was? Du würdest heute eh nichts mehr kriegen. Ist durchgefallen bei der Gesichtskontrolle. Sie riechen aber gut. Jetzt mal deine Brille auf. So geht's. So ist okay. So sind Sie mit uns zufrieden. Ja, so geht's. Aber gerade so. Dürfte ich Sie vielleicht mal irgendwie in die Haare greifen oder so? Nein, nein, nein. Lieber nicht, junger Mann. Wer da hinten am Brunnen, der ist jetzt dran. Meinen Sie, ich schaffe das? Ach, hören Sie auch. Geh mal da rüber. Ich esse gerade nicht. Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Die wegkommt. Also wo seid ihr heute Abend? Nicht bei dir. Nicht?